Die WIT gestaltet und pflegt das Netzwerk der Akteurinnen und Akteure im Tourismus im Landkreis maßgeblich mit. Sie ist wichtige Partnerin, um die Themen qualitativ voranzubringen und setzt dabei immer wieder neue Impulse. Die WIT bringt die Vernetzung der Kooperationspartner voran und spielt eine führende Rolle in der Entwicklung von Marketingkonzepten. Dabei hat sie nicht nur die Stadt Tübingen, sondern stets auch den Landkreis und die gesamte Tourismusregion Schwäbische Alb im Blick – national sowie international. Untertitelung des ZDF für funk, 2017